Schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Video. Heute möchte ich dir eine neue, also ganz neu ist sie nicht, Funktion bei GoodNotes vorstellen, und zwar die Sticker-Funktion. Klar, für viele Spielerei, auch in der Schule vielleicht, im Studium immer wieder nutzbar, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, aber ich möchte euch heute zeigen, wie man die Sticker-Funktion auch im Business wirklich sinnvoll einsetzen kann. Und dazu switchen wir mal auf meinen Bildschirm. Also, ihr seht hier meine Vorlage und die neue Sticker-Funktion, oder die nicht ganz mehr so neue Sticker-Funktion, muss ich sagen, gibt es hier in der Mitte auf den Stern. Wenn ihr dort drauf klickt, habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Sticker zu verwenden. Einfach drauf tappen und dann könnt ihr die ganz normal, wie gehabt, einsetzen und euer Geschriebenes entsprechend aufwerten bzw. auflockern. Da gibt es unterschiedliche Bereiche. Ihr seht hier auch, sind die dann nochmal zu sehen, die verschiedenen Sammlungen. Und ihr habt die Möglichkeit, eben auch eigene Sticker zu kreieren. Entweder indem man ein Foto hochlädt, indem man eine Grafik aus einem anderen Ordner entsprechend verwendet und importiert. Und das habe ich schon mal gemacht. Das heißt, hier seht ihr, da habe ich einfach ein Bild von mir als Sticker eingefügt und kann das hier verwenden. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wie kann ich das jetzt geschäftlich nutzen? Und zwar ist es ja immer so, dass man bestimmte Tabellen, Grafiken, Skizzen verwendet, um vielleicht Schulungen zu machen. Ich beispielsweise, wir haben zwei neue Auszubildende bekommen und jetzt geht es darum, das Thema Content, Suchmaschinenoptimierung, Thema Sichtbarkeit genau aufzuzeigen, zu skizzieren. Und da arbeite ich immer mit gleichen Skizzen. Und die kann ich mir dann entsprechend einfach hochladen. Ich habe die Möglichkeit, einfach, und das zeige ich euch auch, hier eine entsprechende Skizze jetzt vielleicht mal zu zeichnen. Das ist jetzt sehr rudimentär, Website. Und dann haben wir auf der anderen Seite vielleicht Google. Und das kürze ich einfach mal ab mit G. Und jetzt möchte ich hier verschiedene Zusammenhänge erklären und nutze hier verschiedene Werkzeuge und habe dann irgendwann eine fertige Skizze, die ich immer wieder mal verwenden möchte und zeigen möchte. Dann nehme ich das Lasso-Werkzeug, markiere mir das Ganze, tippe drauf und dann kann ich das entsprechend ein Objekt hinzufügen. Und jetzt seht ihr schon, jetzt kann ich entweder das einem bestimmten Bereich zuordnen. Ich kann mir eine neue Sammlung, also einen neuen Ordner erstellen, beispielsweise Skizzen geschäftlich oder sonst irgendwas und kann das hier entsprechend anlegen. Ich mache das jetzt einfach mal in den Bereich Test rein. Und wenn ich das Ganze dann einfach mal jetzt hier vielleicht lösche, na, so, und hier entferne, gehe jetzt in den Sticker-Bereich quasi rein. Und jetzt seht ihr, habe ich in der Sammlung Test hier meine Skizze gesammelt, kann die dann entsprechend einsetzen, kann sie entweder zeigen, kann sie für mich als Erinnerungsfunktion nehmen, eben als unterstützendes Werkzeug und habe hier die Möglichkeit, eben jegliche Form von Grafiken oder Bildern in meine Sticker-Sammlung einzufügen. Das heißt, ich muss nicht immer wieder auf häufig verwendete Notizen zurückgreifen und so verwende ich quasi diese Sticker-Funktion geschäftlich, um eben immer auf wiederkehrende Skizzen, Daten, Bilder in dem Fall eher weniger zurückgreifen zu können und diese dann zu verwenden. Ich hoffe, das war ein Quick-Tipp, den ihr so in der Form vielleicht noch gar nicht bedacht habt und er hilft euch weiter. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Videos und freue mich natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Gebt dem Video doch einen Daumen, falls ihr mich unterstützen wollt, ihr das Video natürlich auch gut fandet. Also von daher freue ich mich bis dahin und danke fürs Zusehen.